Vollständige Eskalation vor dem AfD-Parteitag in Essen. Mehrere AfD-Politiker werden in einem Restaurant festgesetzt. Polizisten werden von der Meute schon jetzt angegriffen, bevor sie eigentlich an der Krugerhalle in Essen angekommen sind. Wir machen einen Überblick über die schlimmen Vorgänge, die dort passieren. Und damit moin zusammen, ich bin Olli, wenn du kritischen Content magst, bist du hier genau richtig, lass jetzt gerne ein Abo da. Und du kannst es dir wirklich nicht mehr ausdenken, was gerade zur jetzigen Zeit, wo ich dieses Video aufnehme, in Essen live vor Ort passiert. Die Polizei muss sich gegen Abertausende der Demonstranten wehren und wird teilweise jetzt schon angegriffen von eben diesen. Wir sehen es jetzt hier direkt in einem kleinen Video. Guckt euch das mal an. Die werden überlaufen, die Polizisten. Sowas habe ich noch nicht gesehen in diesem Ausmaß. Die ganzen Kandidaten hier laufen wirklich zu 80, 100, vielleicht noch mehr Leuten auf, vielleicht 20 Polizisten schnurstracks zu. Und ein Polizist liegt hier auf dem Boden, ein anderer liegt dort drüben, wird da überlaufen, etc. Die sind in der kompletten Überzahl. Ich frage an den Innenminister Herbert Reul von der CDU hier in NRW. Herr Reul, warum wurde diese Veranstaltung nicht verboten? Das ist ja nur ein kleines Vorkommnis, was da jetzt passiert ist. Wir wissen ja, dass viel stärkere und schlimmere Anschläge angekündigt wurden, geplant sind. Wie kann man hingehen und so eine Veranstaltung nicht verbieten? Ihr wisst das. Ich bin vollkommen libertär und mir widerstrebt es dazu, gegen eine friedliche Demonstration zu sprechen. Aber wir sehen ja, dass offensichtlich viele dieser Teilnehmer nicht friedlich sind, sondern die Konfrontation auch mit den Behörden suchen. So kann es nicht gehen. Das wird nicht funktionieren. Und wir sind erst am Samstagvormittag ganz am Anfang. Das Ganze wird, ich befürchte es und habe es gestern Abend in meinem Olli-Video auch schon drüben gesagt, es wird heftigst eskalieren, Leute. Ich befürchte es leider wirklich. Und wenn wir hier reingehen und gucken, ich habe noch weitere Tabs hier offen, wie ihr sehen könnt. Das Ganze hat ja auch hier angefangen damit, dass gesagt wurde, zack, werde wegen AfD-Parteitag die Ruhrbahn benennt, die Haltestelle in Vielfalt um. Ja, und die Frau Weidel selber hat darauf auch per Ex gepostet. Und sehen das nämlich hier, besser kann man es nicht messen, machen. Respekt und danke für diese tolle Aktion. Wir von der AfD-Bundes-Parteitag 2024 bringen Vielfalt nach Essen. Aber warum nur temporär? Traut euch was, Ruhrbahn. Und besser kann man darauf nicht kontern, muss man wirklich ganz klar sagen, Frau Weidel. Chapeau, das war ein brillanter Schachzug, das so zu schreiben. Und gerade Frau Weidel als bekennende lesbisch lebende Frau mit ihrer Lebensgefährtin aus Sri Lanka und zwei adoptierten Kinder ist ein Integrations- und Paradebeispiel dafür, dass in dieser Partei ganz offensichtlich solche Menschen auch akzeptiert werden. Also von daher, diese Unterstellungen, die würden kein Vielfalter wollen und die sind dagegen und Sonstiges, kann man sich alles wirklich nicht mehr ausdenken. Aber wie agiert solche Meute? Wir sehen es jetzt hier bei Beatrix von Storch, die nämlich eben auch noch dies hier gepostet hat. Sie wurde beobachtet, gesichtet in der ersten Klasse in der Bahn, als sie angereist ist. Das Empfangskomitee war vor Ort, zum Glück, aber auch jede Menge Polizei. Ich hatte, wie gesagt, darüber berichtet im Video. Traurig, wirklich traurig, dass die Demokratie so verachten. Liebe Kollegen, passt auf euch auf und danke an die Polizei. Denn hier wurde ein Empfangskomitee erwünscht oder angekündigt. Man hat die ICE-Nummer angegeben, damit man die Frau abpassen könnte. Und die Polizei musste am Bahnhof natürlich eingreifen und den Kandidaten Einhalt gebieten. Du kannst es dir wirklich nicht mehr ausdenken, was hier mittlerweile abgeht und passiert. Und nochmal, meine Frage an den Innenminister, das ist doch absehbar gewesen, dass es so eskalieren wird. Denn wir sehen jetzt zum Beispiel hier die Situation. Guckt euch das mal an. Das ist die Realität gerade in Essen, dass hier Dutzende Polizisten sind, dass man sich gegen die Kandidaten hier behaupten muss, dass eine Vermüllung der Stadt stattfindet. Ich glaube, du kannst die Stadt danach kernsanieren, nach dem Motto. Was da los ist, ist Wahnsinn. Und man muss an dieser Stelle auch fragen, warum gehen diese Kandidaten, gehen eine demokratisch wählbare und gewählte Partei auf die Straße? Das können sie machen, das ist ihr Recht. Und nebenbei gesagt, das Ganze wird als Rave bezeichnet. Das heißt, sie machen eine Musikveranstaltung. Man sieht das bei dem einen oder anderen Foto. Ne, habe ich jetzt gar nicht rausgesucht. Ist auch egal. Aber nichtsdestotrotz, damit es halt eine andere Art der Veranstaltung ist. Es ist was Ähnliches. Das ist ja legitim, das so zu machen, damit die Behörden es nicht verbieten oder dies und jenes. Und wie einstufen, wie bei den Montagsspaziergängen. Das sind Spaziergänge und keine Demonstrationen. Die Demonstrationen der Montagsspaziergänge habe ich noch nie, noch nicht einen einzigen Bericht darüber gelesen, dass da irgendwie Aggressivität geherrscht hat oder sonst was. Hier habe ich euch ja jetzt schon ein paar der Vorkommnisse gesehen, die offensichtlich komplett aus dem Ruder laufen. Und wir sehen es nämlich auch hier bei den Jungs, die ebenfalls darüber berichten, AfD-Parteitag in Hessen, Protestler wollen die Autobahn stürmen. Drei AfD-Politiker müssen sich in einer Bäckerei verschanzen, wie wir nämlich hier auch sehen können. Zack, die sind hier rein geflüchtet, weil es zu viele Leute waren, die ihnen nach was auch immer getrachtet haben. Du kannst es dir alles nicht mehr ausdenken, Leute. Es ist einfach nur unfassbar, dieses Ausmaß, was da gerade passiert. Ein letzter Punkt hier, Demonstranten wollen Autobahnen stürmen. Einer der heiklen Punkte rund um die Proteste am AfD-Parteitag. Die Autobahn 52 direkt an der Brugerhalle, wo die Veranstaltung stattfindet, vorbeiführt. An der Autobahn, Auffahrt Essen-Rüttenscheid, stehen etwa 1000 Protestler. Immer wieder in Kleingruppen versucht, die Polizeikette zu durchbrechen und die Auffahrt zu stürmen. Mutmaßlich das Ziel, anreisende AfD-Politiker daran zu hindern, zum Veranstaltungsort zu kommen. Und das ist das, was ich ja gestern auch prophezeit habe. Die werden natürlich versuchen, komplett die Autobahn lahmzulegen, wie man hier sehen kann. Das sind jetzt nicht zwei, drei Klimakleber, die sich dahin gesetzt haben. Das sind hunderte Menschen. Und da ist die Polizei mit Wegtragen und allem, natürlich auch mit 50 Mann vielleicht, wenn es so viele sind, komplett überfordert, das zu schaffen. Und das ist deren Ziel. Das ist deren Ziel, offensichtlich von einer demokratisch gewählten Partei einen demokratischen Parteitag zu verhindern. Da fragt man sich allen Ernstes, wo genau wart ihr bezüglich der Situationen, die wir über die letzten Wochen und Monate gesehen haben? Demonstrationen gegen Messerkriminalität in Deutschland. Mannheim beispielsweise wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um gegen diese Kriminalität zu demonstrieren. Wir können über die Jugendkriminalität in Gera sprechen. Wir können über die Vorkommnisse in Grevesmühlen sprechen, dass man da hätte gut auf die Straße gehen können. Und ähnliche Situationen. Dutzende an der Zahl. Das wurde nicht gemacht. Nein. Wann gehen diese Kandidaten gegen die Ampelkoalition auf die Straßen? Hashtag Ampel muss weg wäre beispielsweise ein gutes Motto. Um hier für Gerechtigkeit, für den deutschen Bürger, sich auch mal wieder einzusetzen. Das wird ebenfalls nicht getan. Zurück zu kommen zu der Situation der drei AfD-Politiker, die sich in der Bäckerei verschanzen. Da ist es hier. Drei AfD-Politiker, die auf dem Weg zum Veranstaltungsort waren, müssen sich in einer Bäckerei verschanzen. Eine Gruppe Demonstranten hatte sie offenbar erkannt und am Weitergehen gehindert. Die Polizei sicherte die Tür der Bäckerei ab, die AfD-Politiker fahren weiterhin dort. Man weiß nicht, ob die jetzt überhaupt da irgendwie noch rauskommen können und am Parteitag teilnehmen. Und ich habe es ja gerade gestern in meinem Video auch angekündigt. Mal gucken, ob überhaupt der AfD-Parteitag pünktlich und gesittet ablaufen kann, weil die Politiker vielleicht gar nicht ankommen werden. Es ist wirklich unfassbar. Ich halte euch im Laufenden, sobald es Neuigkeiten hier geben wird. Dementsprechend jetzt den Kanal abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten und ciao.